so was sind das für dinge nix tolles du kommst schon wieder eine stufe hoch ich glaube wir müssen den killen weil sonst kann ich mir nicht vorstellen das wäre brutal die erfahrungsquelle momentan ist es doch nicht so schlimm oder kann wie sie doch das würde die machen dass die immer so endlich aufs bohren lassen das glaube ich auch nicht ein bisschen dumm eigentlich so das heißt kommen wir bereiten sie auf den kampf gegen den kind vor oder und dann können dann grillen wir den kerl um den oben noch schnell der lieb ja ich fange aber kurz schon mal also wir haben aber deswegen klappe la break ja ich brauche ich muss sagen die voll riesen sind das fußballer die haben so stollen und zu schützen fußballer siehst du wenn diese boden ließen was ganz besonders gut ich habe die automatische intelligenz aus extra dass die nicht angreifend dreht schon wieder um der deva ja eben das ist mega ätzend gerade kommen wir bekälen jetzt jaga schur aber ich glaube wirklich dass die ordentlich nachkommen ok ja mach ich kurz die übliche pufferei und dann ich glaube ich kann jetzt gar nicht speichern ich habe ja direkt davor gespeichert kriegen den schon da und gut gehen wir zu jaga schubert er war hier oder kriegen wir kurz stehen und dann ah da ist das aber lag immer schon drauf 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 muss ich noch einmal scheinbar hat er mich weg oder wahrscheinlich ja aber dann müssen wir den besten schaden der ist jetzt aber schon injured ja das sieht gut aus aber hier gericht und die jahira ist badly wundet und es geht immer noch hinten der so gar nicht vorne warum ich bin da mal hin du schock badly injured, vielleicht kriegen wir den echt noch da und so naja kannst du den verlangsamen oder so ich habe schon versucht ich versuche dem gerade alles an todeszaubern drauf zu hetzen was ich so habe es sind ja nicht mehr viele treffer die wir da leisten müssen eigentlich nicht ne hä was war das jetzt wo sind die gegner ah da ist er ja der gegner jetzt kommt der uninjured zurück aber jetzt kommt der zauberer dazu es ist so ätzend mit dieser spielpause dass das einfach nicht vielleicht ja er ist injured, injured ist er Andy injured, nicht ein injured die haben glaube ich nur ein bisschen geheilt hm was fokussen wir denn er ist near death, what the fuck wir können halt was wie schnell es jetzt ging und lass mal jetzt den magier wo ist denn der er ist tot ja spiel hängt bei mir und ne video sequenz na glühstrumpf what the fuck warum das jetzt bitte kein viel schaden ich will aber noch looten ja ich auch was war denn die scheiße jetzt oh mein gott jetzt kommt gelaber das spiel mach mich fertig schon recht ich bin ja es ich 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 ja ich 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 Okay, können wir jetzt wieder looten? Bitte. Ah, okay, das ist sogar interessant ein bisschen, finde ich. Mhm. Äh, Skelett? Äh? Oh Gott. Ja. Ja. Wie kommt der Nächste? Hallo. Ah, ah. Sorry, Vuck. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So I went on my own, raised by Foster patients in the ironfraun. Das funktioniert nicht. Ich hab Garae in den Enden get голet. Oh, wer kommt denn jetzt dazu? Sag mal die Eins, bitte. So finde ich das. Okay. Was? Warum ist das wichtig? Ich verstehe es nicht. Schwert, 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 schwert. Ja, aber das ist doch scheißegal. Das ist so, wie es ist. Fertig. Oh, Gott sei Dank. Jetzt ist da eine neue Tür offen. Also, weil ich noch kurz erklären muss, sie hat gerade eben die, ähm, wie dieses Time of Trouble erwähnt, das ist eine Zeit, in der die Götter nach Verrün herabstiegen und als, weiß ich nicht, menschliche, also als Avatare durch die Reiche wandelten und deswegen, ähm, ... 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 Wenn mein eigenes Schiff war ein breiterer. Als die Wälder gebrochen wurden, Yagashura fußte durch die Stadt fast zu schnell, um uns zu... Ich versuchte, die Bälle rauszunehmen, aber es war zu früh. Yagashura seien zu denken, dass du in der Stadt war und war stolz, dich zu suchen. Er schloss sie alle. Und es gab nichts, was ich tun konnte. Ich versuchte ihn, und alle, ich versuchte ihn, für so lange, all das. At least, du hast Yagashura. May er rot in hell, als er es deserves. Ich will avenge sie, das wird nicht weitergehen. Ich versuchte deine Informationen in return für Yagashura's death. Es ist vielleicht zu late, um Zahra Dush zu retten, aber diese Informationen könnte trotzdem helfen, wenn du sie gewinnen. Okay. Yagashura hat ein... Alli... 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 Die wurde auch gekillt. Okay, jetzt gibt es noch zwei weitere, aber es ist egal und Zendai. Und, ähm... Okay. Das ist eine Powervoll-Wum, übrigens. Okay, jetzt sagt es uns, wo die anderen einfach sind. Okay. Genau. Alle... Alle... Bitte... Nicht mehr labern. Ich will es einfach nur noch looten. Danke. Oh! Kr... Krankes Zeug, sagste? Was muss ich denn noch erhöhen? Ich muss doch Flegel... Habe ich schon zwei... Mage... Wo habe ich denn den Hammer? Okay, der Panzer geht ab. Der geht ab. Wo ist das jetzt in minus zwei? Ich gebe dir meinen MinSquader. Moment. Warhammer. Jawoll. Warum habe ich eigentlich so viel Heiltränke und Edelsteine im Inventar? Wow! Der Schild geht ab. Er hat irgendwie nur Sachen, die abgehen. Nur ein bisschen. Runenhammer plus... Der ist auch nicht schlecht. Nice. Da gebe ich auch mal ein MinSquader. Tadam. Okay, der ist auch nicht besser als der Schild den ich jetzt hab. Okay. Ok, save and close plus 1. Ist das fettes Zeug, oder was? Ja, ich hab Minsk mal noch ne Rüstung ins Inventar gelegt, die er gegebenenfalls anziehen kann, wenn er das wünscht. Ok, Stufenaufstieg läuft. Soll ich noch kurz das Gebiet einmal durchsuchen, dann hör mal auf, oder willst du jetzt schon Schluss machen? Ich will noch kurz Stufe aufsteigen, bitte. Danke. Ob der besser ist als der... Der Hammer ist zwar gut, aber halt noch nicht so fett, ne? Ne, ne, aber einfach... Ok, Fire Resistence plus 2, Armor Class minus 2. Eben, das ist vielleicht besser als deine Rüstung. Muss ich grad noch mal gucken, ich hab... Ja, der hat ja glaub ich auch minus 2, oder? Ist halt die Frage, was die sonst noch dazu kann. Minus 6 gegen Slash, die minus 5 gegen Hade, das ist nicht so toll. Ich glaub, das werd ich dann tauschen. Denk ich mal. Tu das, tu das. Wie heißen die? Gibt's jetzt hier sonst noch was in dem Gebiet? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, doch bestimmt noch was zu looten. Ja, ok, dann werden wir noch ein bisschen. Ich denk, da können wir uns jetzt verteilen, das ist ganz schön. Auch da oben, wo wir die ganzen Feuerriesen noch besiegt haben, da ist schon auch noch was mitzunehmen. Ja, aber komm, ich bezweifle, dass hier noch Gegner sind, dann können wir uns ja kurz aufteilen. Jo. Mach die linke Hälfte der Map und du die rechte. Die linke Hälfte ist eigentlich fast fertig. Ah, hier ist zum Beispiel noch. Das Lootzeug von den Typen. Aber das Problem ist ja, in der Hölle können wir nicht verkaufen. Wenn Sarah Dusch zerstört ist, werden wir da sicher nicht mehr hinkommen, ne? Es wird doch irgendwo noch einen geben, der noch Zeug von uns kauft, oder? Ja, derzeit wüsste ich nicht wo. Ah, da ist noch was. Hm. Na, sonst gar nichts mehr, keine einzige Truhe, nichts. Nee, ich habe jetzt noch ein Ding mit vier Schrifträumen gefunden, aber die konnten alle nichts. Ah, das ist hier in der Ecke hinten. Mhm. Das ist fast da. Ja, genau. Aber sonst war es das hier. Ja, so dann packen wir es. Gehen wir mal wieder in die Taschen eben, oder? Und machen dann quasi Schalus mit der heutigen Aufnahme. Sieh schon, sieh schon. Was ist da unten noch? Okay, da nicht. Gut. Wir haben jetzt hier, glaube ich, nichts gefunden, woraus der noch was Tolles Neues bauen kann. Oh Gott, ob der noch was für uns hat. Oh Gott, ob der noch was für uns hat. Oh, ich kann mir nichts tun, wenn du... Ja, da ging nichts, sorry. Ja, aber kurz noch schnell... So, das da hier... Nein. So. Gut, in dem Fall. Dann würde ich sagen, ja, dann sind wir soweit. Wir haben auch einiges geschafft, so heute läuft. Jawoll. Bis dann. Dann nächstes Mal geht's weiter. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Amen.